Die Natur schafft immer das Beste. RELAX holt das Beste aus der Natur in Ihr Schlafzimmer. Das RELAX Schlafsystem wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die Ihren Schlaf nachhaltig positiv beeinflussen. Auch bei den RELAX Massivholzbetten hat die Natur das Sagen. Dank der einzigartigen Holz-Steckverbindung sind RELAX Massivholzbetten absolut metallfrei. Sie gewährleisten eine einfache Montage und hohe Stabilität, sowie Ihren gesunden Schlaf in einem metallfreien Bett. Das Beste aus unseren Wäldern. RELAX verarbeitet ausschließlich europäische Holzarten und setzt dabei vermehrt auf die Königin der Alpen. Die Zirber. Zahlreiche Studien belegen die kräftigende und gesundheitsfördernde Wirkung von Zirbenholz auf den menschlichen Organismus. Vertrauen Sie Ihren Schlaf einem RELAX Zirbenbett an. Ihr Herz spart sich bis zu 3500 Schläge pro Tag. Und Sie fühlen sich rundum wohler. Das seit mehr als 15 Jahren bewährte und besonders langlebige RELAX 2000 Schlafsystem definiert gesunden Schlaf neu. Die einzigartigen Massivholzteile aus Buchen oder Zirbenholz, die auf einem dreidimensional beweglichen Spezialfederkörper liegen, ermöglichen perfekte Körperanpassung und damit höchsten Liegekomfort. Sie schlafen gesund und entspannt und starten voller Energie in den neuen Tag. Auch die Naturlatex-Matratzen von RELAX mit ihrer unübertroffenen Elastizität kommen den natürlichen Schlafbewegungen Ihres Körpers entgegen und fördern die Bewegungsfreiheit im Schlaf. Ein perfektes Zusammenspiel von RELAX 2000 und Latex-Matratze entlastet die Wirbelsäule optimal und bringt so vollständige Entspannung im Schlaf. Der RELAX Naturlatex kommt aus nachhaltigem, naturschonendem Anbau und wird unter fairen und ebenso nachhaltigen Bedingungen gewonnen. Die RELAX Schlafsysteme und Naturholzbetten werden nach traditionellem Handwerk gefertigt. Jedes Element eines RELAX-Bed-Systems geht durch die geübten Hände erfahrener, qualitätsbewusster Mitarbeiter. Das gilt auch bei der Fertigung von Kissen, Auflagen, Einzidecken, Matratzen und deren Bezügen. Höchste Qualität bei Material und Verarbeitung haben oberste Priorität. RELAX Denn ein gesunder Schlaf stärkt Körper, Geist und Seele, fördert die Gesundheit und steigert Vitalität und Lebensfreude. RELAX Untertitelung des ZDF, 2020